hey leute und herzlich willkommen zu einer kleinen runde minecraft try jump heute mal uncut warum das werde ich euch jetzt erklären da es schon ziemlich ziemlich spät am abend ist und ich einfach ist es nicht so dass ich die lust nicht habe sondern eher dass ich wirklich extrem müde bin und jetzt gleich einfach noch schlafen möchte und dann möchte ich in dem sinne nicht mehr lang cutten ich weiß man kann es natürlich auch ein bisschen als hobby sehen und so weiter aber ich möchte gleich einfach schön in mein gemütliches bett und ich würde mal sagen dass es auch nicht so stimmt mal eine runde an karte hochzuladen also musik und so weiter werde ich halt noch ein bisschen unterlegen aber stimme werde ich nicht bearbeiten und da könnt ihr wahrscheinlich mal sehen wie oft ich eigentlich so fällt ein try jump oder wie oft ich mich verspreche oder muss kurz aufstoßen das war natürlich sehr gut kevin so so oder besser gesagt wie oft ich auch pausen mache bevor ich weiter aber dann manchmal gibt es wirklich so situation da habe ich einfach so eine minute nicht oder so weil ich einfach viel zu konzentriert bin was natürlich nicht gerade gut als let's player ist aber ich will mal sagen da hoch bitte danke das hat jeder mal so dann an die leiter dann die leiter perfekt ok da tut das nicht so stimmen da da und da natürlich haben wir es geschafft warum denn auch alter das kann er jetzt gerade nicht oder ok noch mal einmal probieren ok jetzt haben wir es halt tut tut du war war sehr sehr gut wir haben geschafft und das natürlich nicht warum denn auch ok das haben wir natürlich jetzt tastatur spammen auch nicht das modul ist kann sein ich habe schon ein einziges mal bisher halt und die drei fels geschafft aber ich glaube dass wir dieses mal nicht der fall sein auch man ich hasse halt diese decken sprünge egal 3050 punkte sind ja auch was feines alter bin ich dumm nein 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 jetzt muss ich einmal kurz rein scheu haben heißt auch denn ich will nicht dass er als erstes ins ziel kommt allerdings kurz danke da könnt ihr dann wirklich auch mal so im vergleich hören wie laut eigentlich meine testatur ist ok wir sind drin und da lag das erstmal sehr gut ach er ist erst bei modul 7 ok dann geht es ja schauen wir mal gg ja nee ist klar ja nee ist nie so einfach voll iron angel ich glaube ich habe mir mal einen bogen verzauber den 1 2 3 4 natürlich nur power 4 man egal dann holen wir uns auch noch ein paar pfeiler 18 pfeiler sollte bereichen ok 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 ich muss aber halten im bogen treffen was war das ok der typ hekt halt ok ok man man sieht aber dass er die scheiß bots schlägt na wow er hekt halt echt scheiß spam ja ich habe auch so doll reingespampt also wenn man hackt und dann auch noch verliert das ist das ist das ist einfach mehr als sicherlich und warum leckt das jetzt danke bitte lobby leckt halt wegen den ganzen npcs das ist ja halt das dumme boah ey ich muss mich gerade ernsthaft erstmal beruhigen weil keine ahnung was er für ein hack programm hatte weil das sah nicht normal aus ihr könnt ja mal gerne zurückspulen kann euch das nochmal angucken weil das war echt nicht normal der ist ja die ganze zeit wenn ich das jemand demonstrieren kann hätte die ganze zeit so mit dem kopf aufgewackelten bei als er bei mir in der nähe war und man hat ja die aac bots sind das glaube ich gesehen glaube so heißen die also vom anti-cheat alter also es war halt extrem komisch aber ich würde sagen leute das was mit der kleinen runde trug am ankert ihr könnt mal gerne kommentare schreiben ob euch ankert gefällt ich weiß es jetzt nicht ich kann diese folge halt leider nicht schneiden da ich jetzt ins betten wusste ich morgen arbeiten muss aber wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen dass wir immer sehr gerne eine positive bewertung da ich verspreche mich immer wirklich immer bei der moderation ich sag es einfach noch mal lasst ihr immer sehr gerne eine positive bewertung da wenn es euch gefallen hat und dann würde ich sagen haut da rein leute ciao bis zum nächsten mal